Warum du in 2030 nichts mehr besitzen wirst? Prof. Dr. Klaus Schwab, der Gründer und Initiator des World Economic Forum, das Treffen der Elite, das Treffen der großen Wirtschaftsköpfe, das Treffen der Menschen mit Vermögen über Milliarden und das Treffen der elitärsten Politiker dieser Welt. Und dort wird heiß diskutiert. Es gibt einen großen Plan, die Agenda 2030 oder wie auch genannt wird, The Great Reset. Das Buch von Prof. Dr. Klaus Schwab, das auch The Great Reset unter dem Begriff Covid-19 genannt ist, hat weltweit für Ansehen gesorgt. Und ich möchte hier an der Stelle eine kleine Grafik einblenden, die Ihnen veranschaulichen soll, was in diesem elitären Kreis sozusagen hinter unserem Rücken, aber nachher wurde es öffentlich gemacht, da reden wir auch gleich noch drüber, diskutiert wurde. Schauen Sie gemeinsam mal mit mir auf diese spannende Grafik. Den Link dazu gibt es auch unter dem Video. Bei dieser Grafik handelt es sich um eine aktive Grafik. Wenn Sie diesen Link unter dem Video anklicken, können Sie auch die einzelnen Punkte anklicken und die Verflechtungen verändern sich. Also hier haben sehr viele große Köpfe dran gesessen, die versucht haben, einen Plan zu machen, der die Welt bis 2030 in eine einheitliche Richtung lenkt. Und alleine die Diskussionspunkte werfen Fragen auf, denn wer am World Economy Forum hat das Recht über Gender Parity, also Geschlechtsgleichheit, über 5G, über Drohnen, über Covid-19, über den Klimawandel, über Future of Food, also die Zukunft des Essens, oder auch die Zukunft unserer Mobilität zu sprechen. Auch die menschlichen Rechte oder die Menschenrechte sind ein Thema dieser Agenda. Und wenn man diese Begriffe sich etwas genauer auf der Zunge zergehen lässt und mal drüber nachdenkt, dann sind das genau die Begriffe, die immer wieder für das Wort Verschwörungstheorie suchen. Aber hier sprechen wir nicht mehr von einer Verschwörungstheorie, sondern wir sprechen davon, dass die Eliten sich tatsächlich diesen Plan annehmen, es bis 2030 umzusetzen. Das World Economy Forum wurde im Jahr 1971 bereits von Prof. Dr. Klaus Schwab gegründet und besonders interessant dabei ist, dass sich dort, wie ich schon erwähnt habe, die größten namhaften Köpfe dieser Welt treffen. Und es gibt mittlerweile schon eine Jugendelite, die sogenannten Young Global Leaders, auch hier, wenn wir den Link unter dem Video platzieren, nur wenn wir hier mal eine Grafik einblenden, wer beispielsweise bei diesen Young Global Leaders mitmischt, liebe Zuschauer. Zum einen, wie Sie hier sehen, der Sohn von George Soros, Alexander Soros, aber auch niemand Geringeres wie Mark Zuckerberg oder der nette, beliebte Nico Rosberg, den man ja aus der Höhle der Löwen vielleicht noch in guter Erinnerung hat. Rechts unten sieht man auch noch einen Herren, den wahrscheinlich nicht mehr jeder so gerne sieht, den Herrn Spahn. Und oben drüber auch eine ganz nette Dame, zumindest wenn man es optisch bewertet, Amal Cluny und Emmanuel Macron, der französische Kopf der Politik, ebenfalls auch ein Name, der für Polarität sorgt. Und zwar ist es einer der jüngeren Rothschild-Generationen, David de Rothschild. All diese Namen und noch viel mehr. Machen Sie sich mal die Mühe und klicken Sie unter dem Video auf den Link und schauen Sie unbedingt mal rein, welche Köpfe der Welt jetzt schon so platziert wurden. Diese Young Global Leaders wurden im Jahr 2004 ins Leben gerufen und sitzen heute an den entscheidenden Hebeln unserer Politik. Und was eben besonders wichtig ist zu wissen, Klaus Schwab ist einer der mächtigsten Männer der Welt, weil er mit seinem World Economic Forum schon Jahre voraus Menschen dort platzieren kann, wo sie später in der Politik landen. Man nennt es ein Umfeld, das geschaffen wird. Nehmen wir das Beispiel der Beeinflussung von Covid-19 heran. Covid-19 schafft oder sorgt dafür, dass wir Spaltungen der Gesellschaft sehen. Und natürlich sorgt es auch dafür, wen wir bei den nächsten Wahlen wählen. Denn kein Thema ist größer als dieses. Und wenn man jetzt als Politikexperte oder als Experte über die globalen Machtstrukturen weiß, was die Menschen benötigen, dann weiß man natürlich auch, welche Politiker jetzt platziert werden müssen. Wir setzen hier mal eine Grafik ein, die dürfte den einen oder anderen von Ihnen vielleicht erstaunen. Und zwar sehen Sie hier Klaus Schwab und Joe Biden, der von den Medien verkündete US-Präsident. Donald Trump war beim letzten World Economic Forum nur kurz anwesend, genau wie beim G20-Treffen, hat sich dann schnell aus dem Staub gemacht. Und wie dieses Bild hier zeigt, sind scheinbar Klaus Schwab und Donald Trump nicht die besten Freunde. Wir möchten nun in acht Punkten skizzieren, was beim World Economic Forum als die Prognose für die Zukunft gesetzt wird. Und hierzu gibt es einen weiteren Link zum Wochenblick. Schauen Sie auch mal hier unter dem Video, dort haben wir die Quelle ebenfalls verlinkt. Es gibt also im Jahr 2030 keinen Besitz mehr. Worüber man da redet, ist ganz klar der Kommunismus, der angestrebt wird. Es soll keiner mehr im Besitz von etwas sein. Der Staat teilt jedem den eigenen Besitz zu. Ein weiteres Ziel ist ein globaler, einheitlicher CO2-Preis. Und hier sollen die Chinesen die Führung über den CO2-Handel übernehmen. Ein dritter Punkt, der den einen oder anderen nicht erstaunen dürfte, wenn er unserem YouTube-Kanal folgt, ist, dass die USA nicht mehr die führende Weltmacht sind. Wir merken aber auch hier, dass andere Nationen, wie beispielsweise die Chinesen, aber auch Europa weltweit immer mehr an Machtzuwachs gewinnen. Und der nächste Punkt, der dürfte den einen oder anderen überraschen, Krankenhäuser sollen überflüssig werden. Man setzt also auch hier auf Nanotechnologie, auf Robotik. Man möchte, dass weniger Menschen in Krankenhäusern platziert werden und dass Organspenden in Zukunft out sein sollen. Winzige Roboter sollen biotechnologisch erzeugte Organe im Menschen platzieren können und heilen können. Ja, das klingt im ersten Moment erstmal sehr gut, aber ich bin nicht sicher, ob dieser Weg der richtige ist für uns. Wir essen weniger Fleisch, grundsätzlich eine sehr schöne Idee. Trotzdem sollte man es jedem selbst überlassen, was er isst. Natürlich gibt es tolle Ersatzprodukte, aber warum redet ein World Economy Forum darüber, was Sie essen sollen, liebe Zuschauer? Ein weiterer Punkt ist, westliche Werte sollen zerstört werden. Hier möchte ich mal vorlesen, was die konkrete Aussage war. Die Werte des Westen sollen nach der Vorstellung des World Economy Forum bis ins Jahr 2030 ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Es könnte auch sein, dass sie bis dahin gar nicht mehr existieren. Und der letzte Punkt, der auch etwas abstrus klingt, aber wenn man sich die Bemühungen von beispielsweise Elon Musk anschaut, ist es nicht mehr abwegig. Im Jahr 2030 soll es schon möglich sein, dass Menschen bereits auf dem Mars leben. Liebe Zuschauer, wer steckt also hinter Klaus Schwab, dem Menschen, der versucht, die Welt zu verändern, der die Welt dahin zu bringen, dass sie in den Händen weniger Eliten liegen? Klaus Schwab ist gebürtiger Deutscher, kommt aus Ravensburg, hat dann in Freiburg studiert, aber auch an der Universität Genf und auch an der Harvard-Universität, hat zwei Doktortitel und die Professur abgelegt. Das Buch Covid-19 können wir jedem nur empfehlen. The Great Research. Schauen Sie unbedingt rein und lesen Sie nach, was hier in der Öffentlichkeit preisgegeben wird. Und das Zitat von Klaus Schwab, Sie werden nichts besitzen und Sie werden sich darüber freuen, ist natürlich das, was am meisten für Aufsehen gesorgt hat. Vielleicht haben Sie in den letzten Jahren den Namen Klaus Schwab noch nie so wirklich wahrgenommen, aber er sticht immer mehr in der Öffentlichkeit auf. Die große Frage, die wir an der Stelle müssen, ist, ist er wirklich der Kopf des Ganzen oder sitzen die wirklich Mächtigen darüber und haben ihn hier an der Stelle platziert, damit er die Agenda 2030 durchboxen soll. Besonders beträchtlich ist auch an der Stelle, dass er immer wieder über Blackouts und über Cyberkriminalität spricht, liebe Zuschauer. Wir wissen alle, aber immer noch nicht, dass wir insuffizienten Achtung zu dem gefährdenden Szenario von einer komprehensiven Cyberattacken, das würde einen vollen Halt bringen, zu dem Power Supply, Transporte, Hospital, Services, unserer Gesellschaft als ein whole. Ich möchte Ihnen an der Stelle einfach nur nochmal den Ratschlag geben, den selbst die Kanzlerin schon geäußert hat. Es sollte jeder für mindestens 14 Tage, ich bin persönlich der Meinung sogar wesentlich länger, zu Hause mit Lebensmittelreserven autark von jeglichem Strom sein. Spielen Sie sich gerne nach dem Video mal den Gedanken durch, was passieren würde, wenn wir eine Woche, zwei Wochen oder vielleicht sogar drei Wochen flächendeckendere, sogar globale Stromausfälle hätten. Wenn Ihre Kommunikation abgeschnitten wäre, wenn Sie keinen Kontakt mehr zu Ihren Liebsten hätten, spielen Sie dieses Szenario gerne zu Ende. Schreiben Sie auch mal hier unten rein, wie Sie sich gegen sowas vorbereiten oder haben Sie sich für sowas noch gar keine Gedanken gemacht. Warum reden wir also über dieses Thema? Es geht mehr denn je um finanzielle Absicherung außerhalb des Bankengeldsystems. Schaffen Sie Ihr Geld in Sicherheit, egal ob wir jetzt hier in dem Fall über Edelmetalle sprechen, ob Sie über alternative Fluchtwährungen im Kryptobereich reden. Sie müssen Ihr Geld rausschaffen aus dem Bankensystem, ansonsten wird spätestens, und wenn wir dem World Economy Forum glauben dürfen, im Jahr 2030 nichts mehr in Ihrem Besitz sein. Natürlich wird es auch Verbote geben auf alternative Zahlungssysteme, aber man weiß, dass der Kommunismus nie nachhaltig überlegt hat. Und es wird auch hier wieder Revolutionen geben, dass wir zu einem anderen System übergehen. Wenn die Agenda wirklich umgesetzt werden sollte und wir Menschen keinerlei Einfluss und Mitspracherecht mehr bei diesem Thema haben, liebe Zuschauer, dann möchte ich ganz klar sagen, ist es jetzt wichtiger denn je, sich noch das eine oder andere Stück Gold oder Silber beiseite zu legen. Denn ein Tauschhandel wird immer aktiv sein und es wird immer einen Tauschhandel geben. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, schreiben Sie hier unten mal in die Felder rein, wie Sie sich persönlich absichern. Und schalten Sie gerne das nächste Video wieder ein. Dann machen Sie es gut. Tschüss.